Moin moin Leute, ich bin Nelk of Sprayne oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einer nächtlichen Ausgabe von dem Spooktoba. Und ich dachte mir, wir machen heute eine nächtliche Ausgabe. Das liegt natürlich nicht daran, dass ich heute den ganzen Tag gestreamt habe, Resident Evil Zero, was ein unfassbar schreckliches Spiel ist. Freunde, es liegt daran, wir haben heute Abend eine entspannte kleine Therapiesitzung mit Dr. Albert Kruger, wie auch immer. Mit diesem netten Herrn hier werden wir eine kleine Therapiesitzung haben und da ist auch nichts Schlimmes dran. Wir werden einfach ein bisschen mit dem reden und gucken, was so passieren wird. Also lehnt euch zurück, macht eure Lautstärke laut und lauscht diesem Spielchen. L-E-E. Taylor Lee. Dr. Kruger wartet auf sie in Raum 1015. Hä? Warte mal eine Sekunde. Oh. So schnell geht das. Wo... Wo zur Hölle bin ich? Willkommen zu Kruger Health Solutions Corporation. Wir sind die größte führende Multispezialität- Medi... Medizinische Gruppe in G2 District. Alright. Ist das normal, dass der Sound immer so... Ich denke schon. Und mehr als eine Million Patienten kommen jedes Jahr hier vorbei. Ich bin Dr. Albert Gerald Kruger. Und ich werde heute mich um deine Traumtherapie kümmern. Traumtherapie, hä? Was? Ich bin doch nicht krank. Und was zur Hölle ist eine Traumtherapie? Das klingt irgendwie wie eine Verarsche. Hab keine Angst, mein Kind. Ich... Ähm... Werde dich wissen... Oder ich möchte dich wissen lassen, dass ich ein... Dass ich sehr professionell... Alles handhabe. Und ich ein PhD, ein Doktortitel... In... Marinebiologie hab. Navy Blue... Biologie... Ungenauß. I don't know. Sehe ich aus wie ein Delfin für sie? Bevor wir unsere Sitzung anfangen, äh... Möchte ich die ersten einfachen Informationen abfragen. Wie ist dein Name, mein Kind? Taylor Lee. Ich weiß tatsächlich gerade nicht. Ganz kurz mal einmal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das mit einer Bildschirmaufnahme aufnehme. Und dass das so jetzt vielleicht besser geht. Wenn das dann aufnimmt. Ja. Alter. 19. Deine Preferred Pronouns? Starkes Spiel. Finde ich gut, dass danach gefragt wird. Sehr gut. They them. Okay. Ich bin immer noch sehr furios, dass es das nicht so im Deutschen gibt. Es ist... Na ja. Was bringt dich denn heute her? Und was sind deine Symptome? Aha. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht krank. Okay. Sehr gut. Ähm. Warum starten wir nicht erstmal mit einem Sanity Check? Also mit so einem Bewusstseins-wie-wie-wie-gut es einem geht im Kopf quasi. Ähm. Magst du gerne Mathe, Taylor? Nicht unbedingt, nein. Perfekt. Dann lass uns anfangen mit einfacher Mathematik. Die Regel ist sehr, sehr einfach. Ich werd dir eine Frage zeigen und du musst die richtige Antwort auswählen. Das sollte ich hinkriegen. Okay. Von den vier Karten, die ich dir zeigen werde. Klingt das gut für dich? Wie auch immer. Okay. Dann lass uns mal anfangen. Sechs durch drei sind zwei. Wow. Sehr gut. Sieben mal eins sind sieben. Tré bien, tré bien. Sechs minus drei sind drei. Magnifique. Das steht da nicht. Magnificent. Ein mal fünf sind fünf. Wow. Sehr gut. Neun plus vier sind 13. Magnificent. Neun plus vier sind 13. Exzellenter Job. Ein mal vier sind vier. Ich kann's nicht glauben. Drei mal sechs sind 18. Da muss ich kurz nachdenken. Exzellenter Job. Ich weiß wirklich nicht, warum das Game gerade so wirkt, als ob es ein bisschen am Ruckeln ist, aber I don't know. Neun minus vier sind fünf. Wow. Sehr gut. Neun plus neun sind... Ups. Entschuldigung. Was zur Hölle? War das Blut? Nein, war's nicht. Das war definitiv Blut. Nein, war's nicht. Okay, Taylor. Ähm, die Zeit tickt. Fokussier dich zuerst mal auf unsere Frage hier. Neun plus neun sind 18. Tré bien, tré bien. Wundervoller Job, Taylor. Du hast wirklich alle von denen richtig beantwortet. Ich kann ja doch Mathe. Warum hab ich mein Abi damals eigentlich nicht bekommen? Du musst jetzt, ähm... Musstest jetzt eine Menge Gehirnzellen anstrengen für diese Mathefragen. Warum nehmen wir nicht eine kleine Pause hiervon? Ähm, klar. Lass mich die Musik ein bisschen aufdrehen. Viel besser. Also, wie läuft's? Hä? Wie fühlst du dich? Ist alles in Ordnung? Äh... Äh... Ich bin... Ein bisschen verwirrt. Aber sonst ist alles gut. Wie ist die Schule? In Wirklichkeit eigentlich genauso wie sonst auch immer. Du bist eine College-Studentin, oder? Ja. Sehr schön. Bist du auch von G2? Ja. Ich, äh... Lebe hier schon mein ganzes Leben lang. Wie ist es mit dir? Bist du auch von hier? Ja. Ich wurde auch in G2 geboren. Naja, ich war allerdings hier nicht auf dem College. Ich bin nach G4 gegangen. Ähm... Für meine zweite... Zweite Lehre quasi. Oh! RMU? Ja. Das ist eine echt ziemlich coole Schule. Danke sehr. Okay. Die Pause ist vorbei. Jetzt lass uns zu der nächsten Sektion von unserer Therapie kommen, nicht wahr? Ähm... Okay. Für diese Sektion müssen wir ein Spiel spielen. Ein sehr klassisches Spiel. Man nennt es auch das, äh... Muschelspiel. Hast du davon schon mal gehört? Das Muschelspiel. Nein, nicht wirklich. Es ist eher bekannt als Cups and Balls. Das klingt wie etwas von einer anderen Seite. Äh, es ist eher bekannt als Becher und Bälle. Oh! Das! Was? Wahrscheinlich so Hütchenspieler so. Ich bin ganz, ganz schrecklich in dem Spiel. Warum versuchen wir es nicht? Was denkst du? Ähm... Was auch immer du sagst. Ich lieb deinen Enthusiasmus. Okay. Wie du sehen kannst, habe ich drei Becher hier vor uns. Und in einem von dem werde ich ein... Hm... Entschuldigung, bitte. Aber es sieht so aus, dass wir keine Bälle hier haben. Ähm... Lass mich kurz einen holen. Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Was? Was zum Fick war das? Danke, dass du so lange gewartet hast, Taylor. Ich, äh... Das freut mich wirklich sehr. Was zur Hölle ist da draußen passiert? Ich lege meine Hand ins Feuer, dass er jetzt gleich einen Augapfel da drunter legt. Hast du das gehört? Was gehört? Den Schrei. Was für ein Schrei? Es ist Zeitverschwendung. Sollen wir weitermachen mit der Therapie? Natürlich. Wie du sehen kannst, habe ich drei Becher hier. Und in einem davon werde ich einen Ball reinpacken. Was zur Hölle, Mann? Das ist doch kein Ball. Das ist ein scheiß Augapfel. Ein Augapfel ist ein Ball. Es ist eine Sphäre. Du weißt, dass das nicht das ist, was ich meine. Wo zur Hölle hast du den her? Er wurde von einem vorherigen Patienten gespendet. Warum würdest du das nutzen für Cups and Balls? Das ist doch krank! Ehrlich gesagt, ähm... Naja, laut Vertrag sind wir frei zu benutzen, was wir benutzen wollen. Jesus fucking Christ! Irgendwelche anderen Anmerkungen? Du weißt, umso schneller wir diese ganze Sektion hier durchkriegen, desto schneller kann ich ihn zurückbringen. Okay, okay, Jesus Christ! Wie auch immer. Ich werde diese drei Becher jetzt umherschieben. Und du musst mir sagen, wo du denkst, wo der Ball drin ist. Verstanden? Ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Perfekt! Los geht's! Exzellenter Job! Wow! Impressive! Na! Die korrekte Antwort ist... Tada! Lass uns nochmal versuchen. Irgendwo bist du bestimmt auch drin talentiert. Die richtige Antwort ist... Tada! Gut gemacht, Taylor! Deine Performance war nicht die beste, aber beim nächsten Mal wirst du es besser hinkriegen. Lass uns doch eine kleine Pause nehmen, oder? Klar! Awesome! Lass mich die Musik wieder ein bisschen aufdrehen. Warum hat... ...das ein Gesicht? Entschuldigung, bitte! Albert Kruger redet? Wie kann ich Ihnen helfen? Hm... Ist das so? Ich denke, du bist kompetent genug, um irgendwie... ...irgendwie auf eine Idee zu kommen. Richtig? Nein, William. Wir töten nicht. Ich möchte lieber einen besseren Plan, bevor wir das versuchen. Und jetzt bitte Entschuldigung. Ich habe gerade hier einen Patienten bei mir. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ähm... Ist alles in Ordnung? Das klang ziemlich ernst. Danke sehr, dass du dir Sorgen machst, Taylor. Ich... Das... Das gefällt mir wirklich sehr gut. Wir... Das war der Jumpscare für heute, Freunde. Du musst dich aber wirklich nicht... ...nicht irgendwie... ...sorgen. Ich möchte dir sagen, dass unser Team wirklich sehr gut trainiert ist auf alle möglichen... ...Sachen hier. Ähm... Okay, das ist gut zu wissen. Übrigens... ...dein Nachname Kruger, richtig? Das ist korrekt. Wolltest du nur wissen? Heißt das, du bist der CEO? Also der Geschäftsführer? Gut aufgefasst, Taylor. Ja, ich bin der Geschäftsführer von Kruger Corporation. Um ehrlich zu sein, mein Vater war derjenige, der diese Company gegründet hat. Alles, was ich getan habe, ist... ...ich habe einfach nach seinem Tod diese Firma übernommen. Bist du deswegen von G4 hier hingekommen? Um... ...das Business deiner Familie zu übernehmen? Ja. Das ist... ...Part meiner Bestimmung. Ich... Okay, okay. Verstehe, verstehe. Aber... ...ich muss schon zugeben... ...ich bin... ...natürlich ziemlich geehrt von dem Geschäftsführer selbst, die Therapie zu bekommen. Ach, du bist so nett, Taylor. Ich... ...mach einfach nur das, was ich gerne tue. Und ich möchte natürlich... ...nicht um es zu erwähnen. Es freut mich auch, mit dir zu sprechen. Ähm... Freut mich. Ich denke, das ist genug Zeit für unsere kleine Pause hier. Auf zur nächsten Sektion? Äh, klar. Diese Sektion ist jetzt ein bisschen anders. Es ist kein Spiel und auch kein Test. Aber so kann ich dich ein bisschen genauer kennenlernen. Oder, ähm... Wie ich es gerne nenne, der... ...die Autobahn zu deinem Herzen? Der Weg zu deinem Herzen? Der Weg zu meinem Herzen? Ja. Ich werde dir eine Menge Fragen stellen und möchte, dass du sie ehrlich beantwortest. Hä? Was für Fragen? Alle möglichen Fragen. Fragen, die... Oh. Ne. Das will ich nicht. Es ist aber ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie. Man kann das nicht ablehnen. Das ist doch nicht fair, weißt du? Ich habe mich hierfür nicht angemeldet oder so. Warum muss ich dir überhaupt irgendwas über mich erzählen? Hm. Naja, ich denke, ich kann diesen Part vielleicht ein bisschen modifizieren. Ähm... Wie wäre es... Jedes Mal, wenn du dir... Du etwas über dich erzählst, dann werde ich dir etwas über mich erzählen. Hm. Das... Klingt nicht schlecht. Aber... Woher weiß ich, dass du lügst oder nicht? Vertrauen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Zwischen dem Patienten und der... Der Therapie-Person. Es ist sehr wichtig für die Arbeit. Und, äh... Ist weitreichend. Okay. Fein. Wie auch immer. Exzellent. Ähm... Ich habe aber eine kleine Bitte. Du musst deine Augen für diese... Sektion schließen. Und egal, was passiert... Du kannst deine Augen nicht öffnen. Bis ich es dir sage. Mach ich das dann auch? Freunde, machen wir das jetzt auch? Kann ich dir vertrauen? So? Ja, okay. Ich darf meine Augen nicht schließen. Ja. Perfekt. Meine erste Frage ist... Wie war es, in deiner Familie aufzuwachsen? Hm. Nicht wirklich. Nichts Extraordinäres. Meine Eltern waren Immigranten, die nach G2 gekommen sind, um nach Möglichkeiten zu suchen. Ich hatte zwei Geschwister und wir haben unter demselben Dach mit unseren Eltern gelebt. Manchmal war es ein bisschen stressig, aber es war trotzdem alles in allem wirklich eigentlich eine schöne Erfahrung. Wie war es bei dir? Wie war deine Familie? Sie war komplett ordinär. Die beiden Elternteile waren sehr berühmte Leute im medizinischen Feld. Und es waren auch sehr beschäftigte Menschen. Allerdings, was anders ist als bei dir, ich war ein Einzelkind. Ah, okay. Okay. Sollte ich meine Augen öffnen? Nein. Meine zweite Frage ist... Wie sehr fühlst du dich vernetzt mit den Menschen um dich herum? Hm. Naja, ich bin nicht sehr bekannt in der Schule oder sehr, sehr beliebt. Aber ich habe ein paar gute Freunde, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe. Und meine Familie auch. Wir verstehen uns und respektieren uns auch einander. Das ist gut. Es ist sehr wichtig, Freunde und Familie zu haben, die einen unterstützen. Okay, was ist mit dir? Fühlst du dich irgendwie verbunden mit Menschen um dich herum? Natürlich. Ich fühle mich sehr verbunden mit meinen Patienten. Sie bedeuten mir wirklich sehr viel. Ich denke, das ist sehr professionell von dir. Was zur Hölle waren das für Geräusche? Sollte ich meine Augen öffnen? Nein. Nächste Frage. Wenn du einen Zauberstab schwingen könntest, was Positives würdest du... Also, was würdest du in deinem Leben wollen? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt nichts wirklich, was ich unbedingt ändern möchte. Ich mag alles so, wie es momentan ist. Interessante Antwort. Ist immer sehr wichtig zu wissen, was man gerade bei sich hat. Ja. Lass mal deine Antwort hören. Was würdest du ändern? Hm. Ich denke, die Welt könnte ein bisschen weniger Mediocor-People gebrauchen. Entschuldigung? Ich mach doch nur Witze. Ich lieb mein Leben und alles darum. Es gibt nichts, das sich ändern muss. Irgendwas fühlt sich komisch an. Was ist das für ein komischer Gitarrensound? Wir öffnen nicht die Augen. Wir vertrauen ihm. Wir gehen den Weg, dass wir ihm vertrauen. Ihr könnt das gerne ausspielen. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Letzte Frage. Hattest du jemals das Verlangen, jemanden in deinem Leben zu töten? Oder vielleicht ihn zu köpfen? Oder ihn in kleine Stücke zu schneiden? Und ihn in ein Hamburger zu verwandeln? Ähm. Bitte was? Natürlich nicht. Das ist doch krank. Hast du das etwa? Ich persönlich mag Hamburger nicht so gerne. Deswegen nein. Das ist nicht... Ich fühl mich echt nicht gut gerade. Wir öffnen nicht unsere Augen. Danke sehr für deine Kooperation, Taylor. Du bist jetzt... Befreit davon und kannst deine Augen öffnen. Sollen wir noch eine kleine Pause nehmen? Lass uns die Musik ein bisschen lauter machen. Ähm. Hören sie das? Entschuldigung, dass du das mitbekommen musst, Taylor. Wenn du mich ganz kurz entschuldigen würdest, ich muss mich da kurz drum kümmern. Warum schaust du dir nicht ein paar Videos an in der Zwischenzeit? Ähm. Okay. Ich werde ein paar Videos anmachen. Albert. Ja? Bitte töte ihn nicht. Natürlich werde ich das nicht tun. Was denkst du, was ich denn für ein Mensch bin? Ich bin gleich zurück. Kruger Corporation. What the fuck, Alter. Das Game ist gut. Das gefällt mir. Nicht schlecht. Ja, in was kann man besser investieren als in sich selbst? So. Was war das für ein Bild? Hallo, Taylor. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen. Das war... Äh... Ne coole Werbung. Danke sehr. Ähm. Es ist ein bisschen... Altmodisch. Ich möchte sie bald updaten. Ähm. Okay. Haben sie alles mit dem Typen geklärt? Ja. Alles ist geklärt. Sehr friedlich. Das... Das ist gut. Sind wir bereit für die nächste Runde der Therapie? Ja. Klar, denke ich. Diese Sektion wird sehr, sehr viel spaßiger als die Sektion davor. Ähm. Haben sie schon mal von dem Rohrschachtest gehört, Taylor? Der Rohrschachtest? Ist das nicht das Ding, wo du mir irgendwelche Bilder zeigst und fragst, was ich sehe? Das ist korrekt. Und es ist ein psychologischer Test, der 1921 erfunden wurde, um halt so bestimmte Gedankenexperimente zu machen und zu sehen, was so im Inneren der Gedanken ist. Und auch die Persönlichkeit, die Charakterist... Charakterist... Und, äh, die emotionale Funktion einer Person herauszufinden. Also für diese Sektion möchte ich bitte, möchte ich dir ein paar dieser, äh, dieser, dieser Zeichnungen zeigen und du wirst sagen, was du siehst. Ist das okay? Ja. Kristallklar. Okay. Auf geht's. Äh, Bad. Ich sehe eigentlich... Ich kann da auch drauf drücken. Warum drehst du das Papier um, Taylor? Man kann auf jeden Fall interessante Dinge hier machen. Was ist, wenn wir es nochmal umdrehen? Warum drehst du das um, Taylor? Weil da vielleicht hinten was drauf ist. Äh, was könnte es sein? Butterfly. Butterfly. Ist es das, was du siehst? Ich möchte, dass du das bitte nicht mehr tust, Taylor. Das ist ein Totenkopf. Ein Face. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ein Hase. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist... Ein Blatt. Hm, okay. Das ist ein Schmetterling. Faszinierende Wahl. Was passiert, wenn du dir das anguckst? Ist irgendwas falsch, Taylor? Warum hast du das Papier umgedreht? Regret. Murder. Butchery. Psycho. Corpse. Slaughter. Corpse. Hm. Okay. Bloodshed. Suffer. Dismember. Psycho. Butchery. Murder. Dismemberment. Death. Psycho. Death. Ist das, was du siehst? Murder. Hm. Okay. Gut gemacht, Taylor. Das war wirklich sehr faszinierend. Das Spiel wird immer verrückter. Sehr gut gemacht, Taylor. Sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Ich hasse es, das fast sagen zu müssen, aber wir kommen langsam ans Ende von unserer Therapie. Ich möchte nur sagen, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und es freut mich wirklich sehr, dass du die Kruger Corporation gewählt hast. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich das nicht, aber ist schon kein Problem. Es war für mich auch sehr interessant, nehme ich an. Es freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Das bedeutet mir sehr viel. Darf ich dich etwas fragen, was deine Lieblingssektion war von der Therapie? Meine Lieblingssektion? Hm. Die waren alle ziemlich cool, denke ich. Ach, du bist so nett, Taylor. Ach, es freut mich wirklich sehr, das zu hören. Ähm, könntest du vielleicht diese, diese kleine, diesen kleinen Fragebogen ausfüllen? Das würde mir sehr viel bedeuten. Klar. Wie mochten sie das? Super. Der Therapist. Toll. Würde ich ihn weiterempfehlen. Klar. Danke sehr. Das war eine große Hilfe. Bevor ich dich gehen lasse, kann ich noch eine letzte Frage stellen? Klar. Was ist es? Wirst du dich selbst für den G2-Distrikt, ähm, opfern? Äh, ha? Wir brauchen, um eine bessere Zukunft zu bauen, ein paar Leute für den G2-Distrikt. Wir brauchen dich, um die hungrigen Menschen zu füttern im Distrikt. G2 ist deine Heimatstadt. Wir brauchen dich, um G2 besser zu maschen. Was meinst du mit die hungrigen Menschen füttern? Meine Kinder, sie sind auch verhungern. Ach, sie werden so dankbar sein. Für immer. Danke sehr für deinen Beitrag für den G2-Distrikt. Bad Ending. Er hat uns umgebracht. Es gibt drei Endings. Alright. Heilige Scheiße. That was creepy. A game by Dino. Nein, nein, nein. Sie. Wildes Game. Der Link dazu ist in der Beschreibung, Freunde. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht für ein Ende erlebt habt. Oder was ihr anders gemacht hättet. Oder wie ihr auch das Spiel fandet einfach. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Spooktober wieder. Beim nächsten Iconfell Part. Oder wenn ihr möchtet, bei dem neuen, startenden Let's Play zu World of Warcraft. Wir sehen uns. Euer Brain. Tüdelü. Mit Ü. Äh. Yo. Cool zu sehen, dass es dir gut geht. Wie du sehen kannst, bin ich sehr im Arsch. Das ist ein Müll. Die haben mich noch nicht mal komplett aufgegessen. Aber ist schon okay. Das muss dir nicht passieren. Das Ding ist, Albert benutzt diese Traumtherapie, um bestimmte Leute zu finden. Also vielleicht musst du alle Fragen richtig beantworten. Stell ihn nicht in Frage. Vielleicht kannst du dich so vor ihm retten. Naja. Wieso gehst du nicht einfach nach vorne und findest heraus? Und das könnt ihr jetzt machen. Bis dahin. Euer Brain. Tüdelü. Mit Ü. Kaprrrrr.